Ich habe ja letztens diesen Filter gemacht und habe mich komplett barmiert, weil ich so schlecht darin bin. Und deswegen wird es jetzt meine Schwester machen, weil sie ist ein ganz Stück intelligenter als ich. Nienchen, du wirst Deutschland machen, okay? Bist du bereit? Komm her. Aua, ich habe mir gerade wehgetan. Okay, also wir stellen Deutschland ein und let's go. Das erste ist Konstanz, habe ich noch nie gehört. Weißt du, wo das ist? Warte. Oder auch nicht. Oh, Konstanz mit C, nicht mit K. Ich habe es mit Koblenz verwechselt. Okay, nächstes. Mannheim. Oh mein Gott, Mannheim, kenne ich sogar, wo es ist. Ja, ist in Ordnung, das ist trotzdem gut. Nächstes ist, kenne ich nicht. Weißt du, wo das ist? Ich. Oder hast du geraten? Ich bin jetzt dran. Hier sollte man einfach nicht zu hohe Erwartungen haben, weil ich echt gar keinen Plan noch nie gehört. Ich mache einfach in die Mitte. In Deutschland, unten, 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 unten. Okay, nächstes. Konstanz, unten, 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 unten. Oh, da waren wir doch gerade eben, oder? Ja. Miss. Warum kann ich mir nicht mal das merken? Das war gerade eben noch. Frankfurt, mit der...